Kalmai Durch die Wüste Kapitel 8 Eine Wüstenschlacht am Tigris An diese Worte des Propheten Zephania mußte ich denken, als wir unser Boot beim letzten Schimmer des Tages an das rechte Ufer des Tigris legten. Die ganze Gegend rechts und links vom Strom ist ein Grab, eine große, ungeheure öde Begräbnisstätte. Die Ruinen des alten Rom und Athen werden vom Strahle der Sonne erleuchtet, und die Denkmäler des einstigen Ägyptens ragen als gigantische Gestalten zum Himmel empor. Sie reden verständlich genug von der Macht, dem Reichtume und dem Kunstsinne jener Völker, welche sie errichtet haben. Hier aber, an den beiden Strömen, Euphrat und Tigris, liegen nur wüste Trümmerhaufen, über welchen der Beduine Arthus dahin reitet, oft ohne nur zu ahnen, daß unter den Hufen seines Pferdes die Jubel und die Seufzer von Jahrtausenden begraben liegen. Wo ist der Turm, welchen die Menschen im Lande sie in Jahr bauten, als sie zueinander sprachen? Kommt, lasset uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, damit wir uns einen Namen machen? Sie haben Stadt und Turm gebaut, aber die Stätte ist verwüstet. Sie wollten sich einen Namen machen, aber die Namen der Völker, welche diese Stadt nacheinander bewohnten und in dem Turm ihre sündigen Götzendienst verübten, und die Namen der Dynastien und Stadthalter, welche hier im Golde und im Blute von Millionen wühlten, sie sind verschollen und können mit größter Mühe und von unseren besten Forschern kaum noch erraten werden. Wie aber kam ich an den Tigris und wie in das Dampfboot, welches uns bis unter die Stromschnelle des Ciel abgetragen hatte? Ich war mit den Atebay bis in die Wüste El-Naman gezogen, da ich es nicht wagen konnte, mich im Westen des Landes sehen zu lassen. Die Nähe von Maskrat verlockte mich, diese Stadt zu besuchen. Ich tat es allein und ohne alle Begleitung, besah mir seine betürmten Mauern, seine befestigten Straßen, seine Moscheen und portugiesischen Kirchen, bewunderte auch die belutschistanische Leibgarde des Imam und setzte mich endlich in eines der offenen Kaffeehäuser, um mir eine Tasse Kischri munten zu lassen. Dieser Trank wird aus den Schalen der Kaffeebohne gebraut und mit Zimt und Nelken gewürzt. Meine Beschaulichkeit wurde durch eine Gestalt gestört, welche den Eingang verdunkelte. Ich blickte auf und sah eine Figur, wie ich einer längeren Betrachtung vollständig würdig war. Ein hoher grauer Zylinderhut saß auf einem dünnen, langen Kopf, für den Bezug auf Narwuchs eine völlige Wüste war. Ein unendlich breiter, dünnlebiger Mund legte sich einer Nase in den Weg, die zwar scharf und lang genug war, aber dennoch die Absicht verriet, sich bis hinab zum Kinne zu verlängern. Der bloße Dürrehals ragte aus einem sehr breiten, umgelegten, tadellos geplätteten Hemdkragen. Dann folgte ein graukarierter Schlips, eine graukarierte Weste, ein graukarierter Rock und graukarierte Beinkleider, ebensolche Gamaschen und staubgraue Stiefel. In der Rechten trug der graukarierte Mann ein Instrument, welches einer Verwalterhacke sehr ähnlich sah, und in der Linken eine doppelläufige Pistole. Aus der äußeren Brusttasche guckte ein zusammengefaltetes Zeitungsgrad Neuwirik hervor. »Würm'n Kaffee«, schnarrte er mit einer Stimme, welche dem Tone einer Sperlingsklappe glich. Er setzte sich auf ein Senier, welches eigentlich als Tisch dienen sollte, von ihm aber als Sessel gebraucht wurde. Er erhielt den Kaffee, senkte die Nase auf den Trank, schnüffelte den Duft ein, schüttete den Inhalt auf die Straße hinaus und stellte die Tasse auf den Boden. »Würm'n Tütin, gebt Tabak«, befahl er jetzt. Er erhielt eine bereits angebrannte Pfeife, dort einen Zug, lißt den Rauch durch die Nase, spuckte aus und warf die Pfeife neben die Tasse. »Würm'n!« Er sann nach, aber das türkische Wort wollte nicht kommen, und Arabisch verstand er vielleicht gar nicht. Daher schnarrte er kurz weg, »Würm'n Roastbeef!« Der Carvecci verstand den nicht. »Roastbeef!«, wiederholte er, indem er mit dem Munde und allen zehn Fingern die Pantomime des Essens machte. »Kebab«, bedeutete ich dem Wirt, welcher sogleich hinter der Tür verschwand, um diese Speise zu bereiten. Sie besteht aus kleinen, viereckigen Fleischstückchen, welche an einem Spieße über dem Feuer gebraten werden. Jetzt schenkte der Engländer auch mehr seine Aufmerksamkeit. »Aroba?«, frug er. »No. »Türke?« »No.« Jetzt zog er die dünnen Augenbrauen erwartungsvoll in die Höhe. »Englisch, Mönn!« »Nein, ich bin ein Deutscher.« »Ein Deutscher! Was Sie hier machen?« »Kaffee trinken.« »Barrywell! Was sein?« »Ich bin Brighter.« »Ah! Was wollen hier in Maskat?« »Ansehen.« »Und dann weiter?« »Weiß noch nicht.« »Haben Geld?« »Ja.« »Wie heißen?« Ich nannte meinen Namen, sein Mund öffnete sich auf die Weise, daß die dünnen Lippen ganz genau ein gleichseitiges Viereck bildeten, welches die breiten, langen Zähne des Mannes sehen ließ. Die Brauen stiegen noch höher empor als vorher, und die Nase wedelte mit der Spitze, als ob sie Kundschaft einziehen wolle, was das Loch unter ihr jetzt sagen werde. Dann griff er in den Orkschoß, zog einen Trittsbuch hervor, blätterte darin und fuhr es und dann in die Höhe, um den Hut abzunehmen und mir eine Verbeugung zu machen. »Welcome, Sir! Kenne Sie?« »Ah! Mich?« »Yes, sehr!« »Darf ich fragen, woher?« »Bin Freund von Sir John Raffley, Mitglied vom Traveller Club London, Near Street 47. Sie, Deutscher Hausschatz, sechster Jahrgang, Seite 47.« »Wirklich? Sie kennen Sir Raffley? Wo befindet er sich jetzt?« »Auf Reisen. Hier oder dort. Weiß nicht. Sie waren mit ihm auf Ceylon?« »Allerdings.« »Elefanten gejagt?« »Ja.« »Dann den See auf Goldrober?« »So ist es.« »Haben Zeit?« »Hm. Warum stellen Sie diese Frage?« »Habe gelesen von Babylon, Niniveh, Ausgrabung, Teufelsanbieter, will hin, auch ausgraben, Fauling Bull holen, britisches Museum schenken, kann nicht Arabisch, will gern Jäger haben. Machen Sie mit, bezahle gut, sehr gut.« »Darf ich um Ihren Namen bitten?« »Lindsey, David Lindsey, Titel nicht, brauche nicht Sir Lindsey sagen.« »Sie beabsichtigen wirklich, nach dem Euphrat und Tigris zu gehen?« »Ja. Habe Dampfboot, fahre hinauf, steige aus, Dampfboot wartet oder zurück nach Bagdad, kaufe Pferd und Kramel, reisen, jagen, ausgraben, fritisches Museum schenken, Traveler Club erzählen. Sie mitgehen?« »Ich bin am liebsten selbstständig.« »Natürlich. Können mich verlassen, wann wollen. Werde gut bezahlen, sehr fein bezahlen. Nur mitgehen.« »Wer ist noch dabei?« »So viel, wie Sie wollen, aber lieber ich, Sie, zwei Diener.« »Wann fahren Sie ab?« »Übermorgen. Morgen. Heute. Gleich.« Das war ein Anerbieten, wie es mir nicht gelegen einpannen konnte. Ich bedachte mich nicht lange und schlug ein. Natürlich aber stellte ich die Bedingung, daß es mir zu jeder Zeit frei stände, meiner eigenen Wege zu gehen. Er führte mich an den Hafen, wo ein allerliebster kleiner Paffer lag, und ich merkte bereits nach Verlauf von einer halben Stunde, daß ich mir keinen besseren Gefährten wünschen konnte. Er wollte Löwen und alle möglichen Bestien schießen, die Teufel St. Peter besuchen, und mit aller Gewalt einen fauligen Bull, wie er es nannte, einen geflügelten Stier ausgraben, um ihn dem Britischen Museum zum Geschenk zu machen. Diese Pläne waren abenteuerlich, hatten aber eben deshalb meine volle Zustimmung. Ich war auf meinen Wanderungen auf viel seltsameren Kreuzen begegnet, als er war. Leider ließ er mich gar nicht wieder zu den Ateibé zurück. Ein Bote mußte meine Sachen holen und Halef benachrichtigen, wohin ich reisen werde. Als er zurückkehrte, erzählte er mir, daß Halef mit noch einem Ateibé zulande zu den Abusalman zu Schammararabern reisen werde, um mit ihnen über die Einverleibung der Ateibé zu verhandeln. Er werde mein Hedgin mitbringen und mich schon zu finden wissen. Diese Nachricht war mir lieb. Daß Halef zu dieser Botschaft ausersehen war, bewies mir abermals, daß er der Liebling seines Schwiegervaters geworden sei. Wir fuhren im persischen Busen hinauf, sahen uns Basra und Bagdad an und gelangten nachher, auf dem Tigris aufwärts dampfend, an die Stelle, an welcher wir heute anlegten. Oberhalb unserer Landungsstelle mündete der Zapp Asphal in den Tigris, und die Ufer hüben und drüben waren mit einem dichten Bambusdschungel bestanden. Wie schon vorhin gesagt, brach die Nacht herein. Trotzdem aber bestand Lindsay darauf, an das Land zu gehen und die Zelte aufzuschlagen. Ich hatte keine rechte Lust dazu, konnte ihn aber nicht gut allein lassen und folgte ihm also. Die Bemannung des Dampfbootes bestand aus vier Leuten. Es sollte mit Tagesanbruch bereits nach Bagdad zurückkehren, und so faßte der Engländer gegen meinen Rat den Entschluß, alles, auch die vier Pferde, welche er in Bagdad gekauft hatte, noch auszuladen. »Es wäre besser, wenn wir dies unterließen, Sir«, warnte ich ihn. »Warum?« »Weil wir es morgen bei Tageslicht tun könnten.« »Geh doch am Abend, bezahle gut.« »Wir und die Pferde sind auf dem Fahrzeuge sicherer als auf dem Lande.« »Gibt es hier Diebe, Räuber, Mörder?« »Den Araban ist niemals zu trauen. Wir sind noch nicht eingerichtet.« »Werde Ihnen nicht trauen, uns aber doch einrichten. Haben Büchsen, jeder Spitzbube wird niedergeschossen.« Er ging nicht von seinem Vorsatze ab. Erst nach zwei Stunden waren wir mit der Arbeit fertig. Die zwei Zelte waren aufgerichtet, und zwischen ihnen und dem Ufer wurden die Pferde angehängt. Nach dem Abendbrote gingen wir schlafen. Ich hatte die erste, die beiden Diener die zweite und dritte, und Lindsay selbst die vierte Wache. Die Nacht war wunderschön. Vor uns rauschten die Fluten des breiten Stromes hinab, und hinter uns errufen sich die Höhen des Jebel-Jehenem. Die Helle des Firmaments erleuchtete alles zur Genüge, aber das Land selbst, auf dem ich stand, war noch ein Rätsel. Seine Vergangenheit glich den Fluten des Tigris, die dort unten verschwanden im Schatten der Dschungel. An Assyrien, Babylonien und Chaldea knüpften sich die Erinnerungen an große Nationen und riesige Städte, aber diese Erinnerungen gleichen dem Rückblick auf einen Traum, dessen Einzelheiten man vergessen hat. Als meine Wachzeit vorüber war, weckte ich den Diener und instruierte ihn gehörig. Er hieß Bill, war ein Irrländer und machte den Eindruck, als sei die Kraft seiner Muskeln dreißigmal stärker als diejenige seines Geistes. Er grinste sehr verschmitzt zu meinen Anweisungen und begann dann auf und ab zu patrouillieren. Ich schlief ein. Als ich erwachte, geschah es nicht freiwillig, sondern ich wurde am Arme gerüttelt. Lindsay stand vor mir in seinem grau Karettenanzuge, den er selbst in der Wüste nicht abzulegen beschlossen hatte. »So, wacht auf!« Ich sprang auf die Füße und frug. »Ist das was geschehen?« »Hm, ja.« »Was?« »Unangenehm.« »Was?« »Pferdefort.« »Die Pferde?« »Haben sie sich losgerissen?« »Weiß nicht.« »Waren sie noch da, als sie die Wache übernahmen?« »Ja.« »Aber sie haben doch gewacht.« »Ja.« »Wo denn?« »Dort.« Er deutete auf einen isolierten Hügel, welcher ziemlich entfernt von unseren Zelten lag. »Dort?« »Warum dort?« »Ist wohl ein Ruinenhügel, hingegangen wegen Fauling wohl.« »Und als sie jetzt zurückkehrten, waren die Pferde fort?« »Ja.« Ich trat hinaus und untersuchte die Pfähle. »Die Enten der Leiden hingen noch daran, die Tiere waren losgeschnitten worden.« »Sie haben sich nicht losgerissen, sondern sie sind geraubt worden.« Er formierte das bekannte Lippenparallelogramm und lachte vergnügt. »Yes. Von wem?« »Von Dieben.« Er machte ein noch vergnügteres Gesicht. »Very well. Von Dieben. Wo sind Sie? Wie heißen Sie?« »Weiß ich es?« »No. Ich auch no. Schön, sehr schön. Abenteuer da.« »Das ist keine Stunde vergangen seit der Diebstahl geschah. Warten wir nur noch fünf Minuten, so ist es hell genug, um die Spuren zu erkennen.« »Schön. Ausgezeichnet. Sind Präriejäger gewesen. Spuren finden. Nachlaufen. Totschießen. Kapitales Vergnügen. Bezahle gut. Sehr gut.« Er trat in sein Zelt, um die Vorbereitungen zu treffen, welche er für notwendig hielt. Ich erkannte nach kurzer Zeit im Scheine der Dämmerung die Spuren von sechs Männern und teilte ihm diese Entdeckung mit. »Sechs? Wie viel wir?« »Nur zwei. Zwei müssen bei den Zelten zurückbleiben, und das Boot bleibt auch liegen, bis wir zurückkehren.« »Yes. Das wir fehlen, und dann fort.« »Sind Sie ein guter Läufer, oder soll ich Bill mitnehmen?« »Bill? Pach! »Wishhalb gehen ein Tigris? Abenteuer! Lauf gut! Lauf wie Hirsch!« Nachdem die nöthigen Verhaltensmaßregeln erteilt worden waren, war für die rätselhafte Hacke nebst der Büchse über die Achsel und folgte mir. Es galt die Diebe einzuholen, ehe sie zu einer größeren Truppe stießen, und daher schritt ich so schnell aus, als mir möglich war. Die lang karierten Beine meines Gefährten hielten sich ganz wacker. Es war eine Lust, so mit ihnen zu laufen. Wir befanden uns in der Zeit des Frühjahrs. Der Boden glich daher nicht einer Wüste, sondern einer Wiese, nur daß die Blumen förmlich Büschel und vielmehr buschweise aus der Erde schossen. Wir waren noch nicht weit gekommen, so hatten unsere Hosen sich vom Blütenstau gefärbt. Wegen dieser Höhe der Vegetation war die Spur sehr deutlich zu erkennen. Sie führte uns schließlich an ein Nebenflüßchen, welches von dem Jebel Shehennem herfloß und eine sehr aufgeregte Wassermasser zeigte. An seinem Ufer stieß die Spur an eine Stelle, die von Pferdehufen zertreten war, und eine neue Untersuchung ergab von hier aus zehn statt vier Hufspuren. Zwei von den sechs Dieben waren bis hierher gelaufen statt geritten, und hier hatten sie alle ihre Pferde versteckt gehabt. Lince machte eine sehr mißvergnügte Miene. Miserabel! Todärgern! Worüber? Werden entkommen! Weshalb? Haben nun alle Pferde! Wir laufen! Ich holte sie dennoch ein, wenn sie aushielten, aber dies ist gar nicht einmal nötig. Man darf nicht nur sehen, sondern man muß auch schließen. Schließen Sie! Sind diese Leute zufällig an unseren Lagerplatz gekommen? Hm! Vielleicht, vielleicht auch nicht. Es scheint mir, als ob sie zu Lande dem Schiffe gefolgt seien, welches alle Abende angelegt hat. Ist dies der Fall, sie führt zwar ihre Spur nach Westen, aber nur deshalb, weil sie über diesen Fluß müssen, und sich aber doch bei Hochwasser mit dem fremden Pferden nicht hineingetragen. Also Umweg machen müssen? Ja. Sie werden sich eine Furt oder irgendeine bessere Übergangsstelle suchen und dann wieder in die alte Richtung lenken. Schön! Gut! Sehr gut! Er räuft die Kleidung ab und rattern das Wasser. Ja, Sir! Sind Sie denn ein guter Schwimmer? Yes! Es ist hier nicht ganz so gefahrlos, wenn man die Waffen und Kleider trocken halten will. Machen Sie mir den Kleidern einen Turban über Ihren Hut. Gut! Sehr gut! Werde machen! Auch ich fand mir aus meinen Kleidern einen hohlen Ballen, den ich mir auf den Kopf setzte. Dann gingen wir in das Wasser. Dieser Engländer war wirklich ein ebenso gewandter Schwimmer, wie er ein ausdauernder Läufer war. Wir kamen ganz gut hinüber und zogen die Kleider wieder an. Lindsay überließ sich ganz meiner Führung. Wir eilten noch ungefähr zwei englische Meilen nach Süd und schlugen dann nach West um, wo uns die Höhen eine weite Aussicht gewährten. Wir schiegen einen Berg empor und sahen uns um. Soweit das Auge reichte, zeigte sich kein lebendes Wesen. Nothing! Nichts! Keine Seele! Miserable! Hm! Auch ich sehe nichts. Bin Sie geirrt? Oho! Was dann? Dann haben wir immer noch Zeit, Sie dort am Flüsschen zu verfolgen. Mir hat noch keiner ungestraft ein Pferd gestohlen. Ich werde auch hier nicht eher zurückkehren, bis ich die vier Tiere wieder habe. Ich auch. Nein, Sie müssen bei Ihrem Eigentume sein. Eigentum? Ha! Wenn fort, dann neues kaufen. Abenteuer gern bezahlen. Sehr gut. Halt! Bewegt sich da draußen nicht etwas? Wo? Dort! Ich deutete mit der Hand die Richtung an. Er biß die Augen und den Mund weit auf und spreizte die Beine auseinander. Seine Nasenflügel öffneten sich. Es sah aus, als ob das Riechorgan auch mit der Eigenschaft zu sehen oder wenigstens mit einem optischen Witterungs- und Ahnungsvermögen begabt sei. Richtig, Sie auch. Es kommt auf uns zu. Yes! Wenn sind, dann schieß alle tot! Sir! Es sind Menschen! Diebe! Wir sind tot! Unbedingt tot! Dann tut es mir leid, sie verlassen zu müssen. Verlassen? Warum? Ich wehre mich meiner Haut, wenn ich angegriffen werde, aber ich morde keinen Menschen ohne Not. Ich denke, Sie sind ein Engländer. Well, Englishman! Nobleman! Gentleman! Werde nicht töten! Nur Pferde nehmen! Es scheint wahrhaftig, das hier Cent. Yes! Zehn Punkte! Stimmt! Vier sind ledig und sechs beritten. Hm! Guter Präriejäger, Sie! Recht gehabt! Sir John Raffley viel erzählt! Bei mir bleiben! Gut bezahlen! Sehr gut! Schießen Sie sicher? Hm! Ziemlich! So kommen Sie. Wir müssen uns zurückziehen, damit Sie uns nicht bemerken. Unser Operationsfeld liegt unten zwischen dem Berge und dem Flusse. Gehen wir noch zehn Minuten weiter nach Süd, so tritt die Höhe so eng und das Wasser heran, daß ein Entkommen gar nicht möglich ist. Wir eilten jetzt im vollen Laufe wieder hinab und erreichten bald die Stelle, welche ich angedeutet hatte. Der Fluß war von Schilf und Bambus eingesäumt, und am Fuße des Berges fanden sich Mimosen und ein hohes Wermutgebüsch. Wir hatten Raum genug zum Versteck. »Was nun?« frug der Engländer. »Sie verbergen sich hier im Schilf und lassen die Leute vorüber. Am Ausgange dieser Enge trete ich hinter die Mimosen, und wenn wir die Diebe zwischen uns haben, treten wir beide vor. Ich schieße ganz allein, da ich mich vielleicht besser nach den Umständen zu richten verstehe, und Sie gebrauchen Ihr Gewehr nur auf mein ganz besonderes Geheiß oder wenn Ihr Leben ernstlich in Gefahr kommt. »Ja, gut, sehr gut, exzellent Abenteuer!« Er verschwand in dem Schilfe, und auch ich suchte mir meinen Platz. Bereits nach kurzer Zeit hörten wir Hufschlag. Sie kamen herbei, an Lindsay vorüber, ohne böse Ahnung, ohne sich umzusehen. Ich sah den Engländer jetzt aus dem Schilfe tauchen und trat vor. Sie hielten im Augenblick ihre Pferde an. Die Büchse hing mir über die Schulter, und nur den Henry-Stutzen hielt ich in der Hand. »Salam aleikum«, sagte ich. Der freundliche Gruß verblüffte sie. »Alaik«, antwortete einer von ihnen. »Was tust du hier?« Ich warte auf meine Brüder, welche mir helfen sollen. »Welcher Hilfe bedarfst du?« »Du siehst, daß ich ohne Pferd bin. Wie soll ich durch die Wüste kommen? Du hast vier Tiere übrig. Willst du mir nicht eines davon verkaufen?« »Wir verkaufen keines dieser Pferde.« »Ich höre, daß du ein Liebling Allahs bist. Du willst nur deshalb das Pferd nicht verkaufen, weil dein gutes Herz dir gebietet, es mir zu schenken.« »Allah! Heile dir deinen Verstand! Ich werde auch keinem Pferd verschenken!« »O, du Muster von Barmherzigkeit! Du wirst einst die Wonnen des Paradieses vierfach kosten, denn du willst mir nicht bloß ein Pferd, sondern vier verehren, weil ich so viel brauche.« »Alaikherim! Gott sei uns gnädig! Dieser Mensch des Deli! Ist gewiß und wahrhaftig verrückt!« »Bedenke, mein Bruder, daß die Verrückten nehmen, was man ihnen nicht freiwillig gibt. Blicke dich um! Vielleicht gibst du jenem dort das, was du mir verweigerst.« Erst jetzt, beim Anblick des Engländers, wurde ihnen die Situation vollständig klar. Sie legten rasch die Lanzen zum Stoße ein. »Was wollt ihr?« »Unsre Pferde, welche ihr uns beim Anbruch des Tages gestohlen habt.« »Mensch, du bist wahrhaftig toll! Wenn wir dir Pferde genommen hätten, so hättest du uns mit den Füßen nicht erreichen können.« »Meinst du? Ihr wißt, daß diese vier Pferde den Franken gehören, welche dort mit dem Schiffe angekommen sind. Wie könnt ihr denken, daß Franken sich ungestraft bestehlen lassen, und daß sie nicht klüger sind als ihr?« »Ich habe gewußt, daß ihr am Fluß einen Umweg machen würdet, bin herübergeschwommen und euch zuvor gekommen. Ihr aber habt euch allerdings täuschen lassen. Ich will nicht Menschenblut vergießen, darum bitte ich, euch mir die Pferde freiwillig zurückzugeben. Dann könnt ihr gehen, wohin ihr wollt.« Er lachte. »Ihr seid zwei Männer, und wir sind sechs.« »Wohl, so thue ein jeder, was ihm beliebt.« »Reiche vom Wege!« Er legte die mit Straußenfedern verzehrte Lanze ein und trieb sein Pferd auf mich zu. Ich erhob den Stutzen, der Schuß krachte, und Ross und Reiter stürzten nieder. Ich bedurfte keiner Minute, um noch fünfmal zu zielen und fünfmal abzudrücken. Alle Pferde stürzten, und nur die unsrigen, welche man zusammengekoppelt hatte, waren unversehrt. Der, welcher sie vorher an der Leine hielt, hatte sie losgelassen. Wir benützten den Augenblick der Verwirrung, sprangen auf und eilten davon. Hinter uns ertönte das Zorngeschrei der Araber. Wir machten uns nichts daraus, sondern brachten die Riemen unsrer Tiere in Ordnung und tritten lachend davon. »Magnificent! Prächtig! Schönes Abenteuer! Hundert Pfund wert! Wir zwei, sie sechs, sie uns vier Pferde genommen, wir ihnen sechs genommen. Ausgezeichnet! Herrlich!« »Ein Glück, daß es so ausgezeichnet, so herrlich abgelaufen ist, Sir. Wären unsre Tiere scheu geworden, so kamen wir nicht so schnell weg und hätten sehr leicht einige Kugeln erhalten können.« »Machen wir auch Umweg oder gehen geradeaus?« »Gradaus. Wir kennen unsre Pferde. Der Übergang wird gelegen.« »Wir kamen in guter Zeit wieder bei unseren Zelten an, und bald nach unserer Ankunft stieß das Boot vom Lande ab, und wir blieben allein in der Wüste zurück. Lindsay wollte anfangs sehr viel Gepäck und auch Proviant mitnehmen, ich aber hatte ihn zu einer anderen Ansicht gebracht. Wer ein Land kennenlernen will, der muß auch lernen, sich auf die Gaben desselben zu beschränken, und ein Reiter darf nie mehr bei sich haben, als ein Tier zu tragen vermag.« »Übrigens waren wir reichlich mit Munition versehen, was die Hauptsache ist, und außerdem verfügte der Nobelmann über so viel bedeutenden Geldvorrat, daß wir davon den Reiseaufwand für Jahre hinaus hätten bestreiten können.« »Nun allein am Tigris,« meinte er, »nunggleich graben nach Vorling Bulls und anderen Altertümern.« Der gute Mann hatte sicher sehr viel gelesen und gehört von den Ausgrabungen bei Korsabad, Kufjuntchik, Hammun Ali, Nimrud, Kesha von El-Hater, und war dadurch auf den Gedanken gekommen, nun seinerseits auch das britische Museum zu bereichern und dadurch ein berühmter Mann zu werden. »Jetzt gleich,« frug ich ihn, »das wird nicht gehen.« »Rum, habe Hacke mit.« »Oh, mit diesem Matok werden Sie nicht viel machen können. Wer hier graben will, muß sich erst mit der Regierung verständigen.« »Regierung?« »Welche?« »Die türkische.« »Hat Niniveh den Türken gehört?« »Allerdings nicht, denn damals war von den Türken keine Rede. Aber die Ruinen gehören jetzt zum türkischen Grund und Boden, obleich hier der Arm des Sultans nicht sehr mächtig ist. Die arabischen Nomaden sind da die eigentlichen Herren, und wer hier graben will, der hat sich zunächst auch mit Ihnen in freundschaftliche Beziehung zu setzen, da er sonst weder seines Eigentums noch seines Lebens sicher ist. Darum habe ich Ihnen ja geraten, Geschenke für die Häuptlinge mitzunehmen.« »Die seidenen Gewänder?« »Ja. Sie sind hier am meisten gesucht und nehmen beim Transport sehr wenig Raum ein.« »Hol, so wollen wir uns setzen in freundschaftliche Beziehung. Aber sogleich und sofort. Nicht?« »Ich wußte, daß es bei seinen Ausgrabungen nur bei dem Gedanken bleiben werde, hatte mir aber vorgenommen, ihn nicht abwendig zu machen.« »Ich bin dabei.« Nun fragt er sich, welchem Häuptling man zunächst seine Aufforderung zu machen hat. »Raten.« »Der mächtigste Stamm heißt El-Shamar. Er hat aber seine Weidegründe weit oben am südlichen Abhang der Sinchar-Berge und an dem rechten Ufer des Tatar.« »Wie weit sind Sinchar von hier?« »Einen ganzen breiten Grad.« »Sehr breit. Was sind noch für Araber hier?« »Die Obeiden, Abu Salman, Abu Ferhan und andere. Doch lässt sich nie genau bestimmen, wo man diese Horden zu suchen hat, da sie sich stets auf der Wanderschaft befinden. Wenn ihre Herden einen Platz abgeweidet haben, so bricht man die Zelte ab und zieht weiter. Dabei leben die einzelnen Stämme in ewiger blutiger Feindseligkeit miteinander. Sie haben sich gegenseitig zu meiden, und das trägt auch nicht wenig zur Unstetigkeit ihres Lebens bei. »Schönes Leben, viel Abenteuer, viel Ruinen finden, viel Ausgraben, ausgezeichnet, exzellent!« »Am besten ist es, wir reiten in die Wüste hinein und befragen uns beim ersten Beduinen, welcher uns begegnet, nach dem Wohnorte des nächsten Stammes.« »Gut, well, sehr schön, gleich jetzt reiten und befragen.« »Wir könnten heute noch hierbleiben.« »Bleiben und nicht graben?« »Nein, geht nicht, zelte ab und fort.« »Ich mußte ihm seinen Willen lassen, zumal bei näherem Überlegen ich mir sagte, daß es wegen der heutigen feindseligen Begegnung besser sei, den Ort zu verlassen.« Wir brachen also die leichten Zelte ab, welche von den Pferden der Diener getragen werden mußten, setzten uns auf und schlugen den Weg nach dem Sabakarsee ein. Es war ein wundervoller Ritt durch die blumenreiche Steppe. Jeder Schritt der Pferde wirbelte neue Wohlgerüche auf. Ich konnte selbst die weichste und sanftigste Savannenort Amerikas mit dieser Gegend nicht vergleichen. Die Richtung, welche wir eingeschlagen hatten, stellte sich als eine glücklich Gewählte heraus, denn bereits nach kaum mehr als einer Stunde kamen drei Reiter auf uns zugesprengt. Sie machten eine sehr hübsche Figur mit den fliegenden Mänteln und wehenden Straußenfedern. Unter lautem Kriegsgeschrei ritten sie auf uns los. »Sie brüllen, würden Sie stechen?«, frug der Engländer. »Nein, das ist die Begrüßungsart dieser Leute. Wer sich dabei zaghaft zeigt, der wird für keinen Mann gehalten.« »Wann Männer sein!« Er hielt Wort und zuckte nicht mit der Wimper, als der eine mit seiner scharfen Lanzenspitze gerade auf seine Brust zuhielt und erst abbog und sein Pferd in die Hacken riß, als die Lanzenspitze beinahe die Brust berührte. »Salaam Aleikum! Wo wollt ihr hin?«, grüßte einer. »Von welchem Stamme bist du?« »Vom Stamme der Hadidin, welche zu der großen Nation der Schamal gehört.« »Wie heißt dein Scheik?« »Er führt den Namen Mohammed Emin.« »Ist er weit von hier?« »Wenn du zu ihm willst, so werden wir euch begleiten.« Sie wandten um und schlossen sich uns an. Während wir, die Diener hinter uns, in würdevoller Haltung in den Sätteln saßen, sprengten sie um uns in weitem Kreise herum, um ihre Reiterkünste sehen zu lassen. Ihr Hauptkunststück besteht im Innehalten mitten im rasendsten Laufe, wodurch aber ihre Pferde sehr angegriffen und leicht zu schanden werden. Ich glaube behaupten zu können, daß ein Indianer auf seinem Mustang sie in jeder Beziehung übertrifft. Dem Engländer gefiel der Schaureiten dieser Leute. »Prächtig! Hm, so kann ich es nicht! Würde den Hals brechen!« »Ich habe noch andere Reiter gesehen.« »Ah! Wo?« »Ein Ritt auf Leben und Tod in einem amerikanischen Urwalde, auf einem gefrorenen Flusse, wenn das Pferd kein Eisen hat, oder in einem steinigen Canyon, ist doch etwas ganz anderes.« »Würde auch nach Amerika gehen, reiten in Urwald, auf Flußreis, in Canyon, schönes Abenteuer, prachtvoll. Was sagten diese Leute?« »Sie grüßten uns und fragten nach dem Ziel unseres Rittes. Sie werden uns zu ihrem Scheik bringen. Er heißt Mohamed Emin und ist der Anführer der Hadidin.« »Tapfere Leute!« »Diese Männer nennen sich alle tapfer und sind es auch bis zu einem gewissen Grade. Ein Wunder ist dies nicht. Die Frau muß alles machen, und der Mann tut nichts als reiten, rauchen, rauben, kämpfen, klatschen und faulenzen. Schönes Leben! Prächtig! Möchte Scheik sein! Viel ausgraben! Manchen fauligen Bull finden und nach London schicken! Hm!« Nach und nach wurde die Steppe belebter, und wir erwarten, daß wir uns den Hadidin näherten. Sie befanden sich zum größten Theile noch in Bewegung, als wir sie erreichten. Es ist nicht leicht, den Anblick zu beschreiben, den ein Araberstamm auf dem Zuge nach seinen neuen Weideplatze gewährt. Ich hatte vorher die Sahara und einen Teil von Arabien durchzogen und dabei viele Stämme der westlichen Araber kennengelernt. Hier aber bot sich mir ein ganz neuer Anblick dar. Dieselbe Verschiedenheit, welche zwischen den Oasen der Sahara und dem Lande Senia, der Heiligen Schrift herrscht. Man beobachtet sie auch in dem Leben und allen Verhältnissen ihrer Bewohner. Hier ritten wir auf einer beinahe unbegrenzten Märtsch, welche nicht die mindeste Ähnlichkeit mit einer Uhr des Westens hatte. Sie glich vielmehr einem riesigen Savannenteppich, der aus lauter Blumen bestand. Hier schien nie der fürchterliche Samum gewütet zu haben. Hier war keine Spur einer wandernden Düne zu erpicken. Hier gab es kein zerklüftetes und verschmachtetes Wadi, und man meinte, daß hier keine Fata Morgana die Macht besäße, den müden einsamen Wanderer zu äffen. Die weite Ebene hatte sich mit duftendem Leben geschmückt, und auch die Menschen zeigten keine Spur jener Wüstenstimmung, welcher westwärts vom Nil kein Mensch entgehen kann. Es lag über diesem bunten Gefilde ein Farbenton, der nicht im mindesten an das Versengende, dabei oft blutig, trübe und tödliche Licht der großen Wüste erinnerte. Wir befanden uns jetzt inmitten einer nach tausenden zählenden Herde von Schafen und Kamelen. So weit das Auge reichte, rechts und links von uns, vor und hinter uns, wog da ein Meer von grasenden und wandernden Tieren. Wir sahen lange Reihen von Ochsen und Eseln, welche beladen waren mit schwarzen Zelten, bunten Teppichen, ungeheuren Kesseln und allerlei anderen Sachen. Auf diese Berge von Gerätschaften hatte man alte Männer und Weiber gebunden, welche nicht mehr imstande waren zu gehen oder sich ohne Stütze im Sattel aufrechtzuerhalten. Zuweilen trug eines der Tiere kleine Kinder, welche in den Sattelsäcken so befestigt waren, daß nur ihre Köpfe durch die kleine Öffnung schauten. Zur Erhaltung des Gleichgewichtes trug das Lasthirt dann auf der anderen Seite junge Lämmer und Zügelchen, welche blökend und meckernd ebens aus den Öffnungen der Säcke hervorblickten. Dann kamen Mädchen nur mit dem eng anliegenden arabischen Hemd begleitet. Mütter mit Kindern auf den Schultern, Knaben, welche Lämmer vor sich hertrieben, Tromedar-Treiber, die, auf ihren Thieren sitzend, ihre edlen Pferde nebenbei am Zügel führten, und endlich zahlreiche Reiter, welche mit bebuschten Lanzen bewaffnet auf der Ebene nach denjenigen ihrer Thiere herumjagten, welche sich nicht in die Ordnung des Zuges fügen wollten. Eigentümliche Figuren bildeten diejenigen Reitkamele, welche zum Tragen vornehmer Frauen bestimmt waren. Ich hatte in der Sahara sehr oft Gemmels gesehen, welche Frauen in dem wiegenähnlichen Korbe trugen. Aber eine Vorrichtung wie die hiesige war mir noch nicht vorgekommen. Zwei Zehenellige und auch noch längere Stangen nämlich werden vor und hinter dem Höcker des Kameles quer über den Rücken desselben gelegt und an ihren Enden zusammengezogen und mit Pergament oder Stricken verbunden. Dieses Gestell ist mit Fransen und Quasten von Wolle in allen Farben, mit Muschel und Perlenschnür Höhren verziert, ganz so wie der Sattel und das Riemen Zeug, und ragt also neun und noch mehr Ellen rechts und links über die Seiten des Kameles hinaus. Zwischen ihm auf dem Höcker ragt eine aus Grundleisten und Stoffüberzug bestehende Vorrichtung empor, welche fast genau einem Schilderhause gleicht und mit allerlei Quasten und Trottelwerk behangen ist. In diesem Bellevue sitzt die Dame. Die ganze Figur erreicht eine außerordentliche Höhe, und wenn sie am Horizont erscheint, so könnte man sie infolge des schwankenden Ganges der Kamele für einen riesigen Schmetterling oder für eine gigantische Libelle halten, welche die Flügel auf- und niederschlägt. Unser Erscheinen machte in jeder Gruppe, bei welcher wir ankamen, großes Aufsehen. Ich selbst trug daran wohl weniger Schuld als der Lindsay, dem ja ebenso wie seinen Dienern auf den ersten Blick der Europäer anzusehen war. Er mußte in seinem graukarierten Anzug hier noch mehr auffallen als ein Araber, der in seiner malerischen Tracht vielleicht auf einem öffentlichen Platz in Münchens oder Leipzigs erschienen wäre. Unsere Führer ritten uns voran, bis wir endlich ein außerordentlich großes Zelt erblickten, vor welchem viele Lanzen in der Erde steckten. Dies war das Zeichen, daß es das Zelt des Häuptlings sei. Man war soeben beschäftigt, rund um dasselbe einen Kreis anderer Zelte zu errichten. Die beiden Araber sprangen ab und traten ein. Nur wenige Augenblicke später erschienen sie in Begleitung eines Dritten wieder. Diese hatte die Gestalt und das Äußere eines echten Patriarchen. Just so mußte Abraham ausgesehen haben, wenn er aus seinem Hause im Heinem Mamre trat, um seine Gäste zu begrüßen. Der schneeweiße Bart hing ihm bis über die Brust hinab, dennoch aber machte der Greis den Eindruck eines rüstigen Mannes, der imstande ist, eine jede Beschwerde zu ertragen. Sein dunkles Auge musterte uns nicht eben einladend und freundlich. Er hob die Hand zum Herzen und grüßte. »Salaamah«, dies ist der Gruß eines eingefleischten Mohamedaners, wenn ein Ungläubiger zu ihm kommt. Dagegen empfängt er jeden Gläubigen mit dem Salam Aleikum. »Alaikum«, antotterte ich und sprang vom Pferde. Er sah mich ob dieses Wortes forschend an. Dann frug er, »Bist du ein Moslem oder ein Giyawa?« Seit wann empfängt der Sohn des edlen Stammes der Schamah seine Gäste mit einer solchen Frage? Sagt nicht der Koran, speise den Fremdling und tränke ihn, laß ihn bei dir ruhen, ohne seinen Ausgang und seinen Eingang zu erkennen. »Ala mag es dir verzeihen, daß du deine Gäste wie ein türkischer Kavasse empfängst.« Er erhob wie ab während der Hand. »Dem Schamah und den hat in ihnen ist jeder willkommen, nur der Lügner und der Verräter nicht.« Er warf dabei einen bezeichnenden Blick auf den Engländer. »Wen meinest du mit diesen Worten?« Frug ich ihn. »Die Männer, welche aus dem Abendlande kommen, um den Pascha gegen die Söhne der Wüste zu hetzen. Wozu braucht die Königin der Inseln einen Konsul in Mosul?« »Diese drei Männer gehören nicht zu dem Konsulat. Wir sind müde Wanderer und begehren von dir weiter nichts als einen Schluck Wasser für uns und eine Dattel für unsere Pferde.« »Wenn ihr nicht zum Konsulat gehört, so seid ihr haben, was ihr begehrt. Tretet ein und seid mir willkommen.« Wir wandten unsere Pferde an die Lanzen und gingen in das Zelt. Dort erhielten wir Kamelmilch zu trinken. Die Speise bestand nur aus dünnen, harten und halb verbrannten Gerstenkuchen, ein Zeichen, daß der Scheik uns nicht als Gäste betrachtete. Während des kurzen Mahles fixierte er uns mit fünsteren Auge, ohne ein Wort zu sprechen. Er mußte triftige Gründe haben, Fremden zu mißtrauen, und ich sah ihm an, daß er neugierig weit was Näheres über uns zu erfahren. »Lindsey«, schaute sie in dem Zelte um und frug mich, »böser Kerl, nicht?« »Scheint so.« »Sieht ganz aus, als er bei uns fressen wollte. Was sagte er?« Er begrüßte uns als Ungläubige. Wir sind seine Gäste noch nicht und haben uns hier vorzusehen. »Nicht seine Gäste? Wir essen und trinken doch bei ihm.« »Er hat uns das Brot nicht mit seiner eigenen Hand gegeben, und Salz gar nicht. Er sieht, daß Sie ein Engländer seid, und die Englischmen, scheint er zu hassen.« »Noshalb?« »Weiß es nicht. Einmal fragen.« »Geht nicht, denn es wäre unhöflich. Ich denke aber, daß wir es noch erfahren werden.« »Wir waren fertig mit dem kleinen Ebenwissen, ich erhob mich.« »Du hast uns Speise und Trank gegeben, Mohamed Emin. Wir danken dir und werden deine Gastfreundschaft rühmen, überall, wohin wir kommen. Liebewohl! Allah segne dich, Liedeinigen!« Diesen schnellen Abschied hatte er nicht erwartet. »Warum wollt ihr mich schon verlassen? Bleibt hier und ruht euch aus.« »Wir werden gehen, denn die Sonne deiner Gnade leuchtet nicht über uns.« »Ihr seid dennoch sicher hier in meinem Zelte.« »Meinest du? Ich glaube nicht an die Sicherheit im Beit eines Arab al-Shamar.« Er fuhr mit der Hand nach dem Dolche. »Müßt du mich beleidigen?« »Nein, ich will dir nur meine Gedanken sagen, das Zelt eines Schamar bietet dem Gastfreunde keine Sicherheit, wie viel weniger als demjenigen, der nicht einmal die Gastfreundschaft genießt.« »Soll ich dich niederstechen? Wann hat jemals ein Schamar die Gastfreundschaft gebrochen?« »Sie ist gebrochen worden, nicht nur gegen Fremde, sondern sogar gegen Angehörige des eigenen Stammes.« »Das war allerdings eine fürchterliche Beschuldigung, welche ich hier aussprach, aber ich sah nicht ein, aus welchem Grunde ich höflich sein sollte mit einem Manne, der uns wie Bettler aufgenommen hatte.« »Du wirst mich nicht niederstechen, Scheik, denn erstens habe ich die Wahrheit gesprochen, und zweitens würde mein Dolch dich eher treffen, als der deinige mich. Beweise die Wahrheit!« »Ich werde dir eine Geschichte erzählen.« Es gab einen großen, mächtigen Stamm, der wieder in kleinere Ferkatze fiel. Dieser Stamm war regiert worden von einem großen, tapferen Häupling, in dessen Herzen aber die List neben der Falschheit wohnte. Die Seinen wurden mit ihm unzufrieden und fielen nach und nach von ihm ab. Sie wandten sich dem Häupling eines Ferkat zu. Da schickte der Scheik zu dem Häupling und ließ ihn zu einer Besprechung zu sich laden. Er kam aber nicht. Da sandte der Scheik seinen eigenen Sohn. Dieser war mutig, tapfer und liebte die Wahrheit. Er sprach zu dem Häupling, »Folge mir, ich schwöre dir bei Allah, dass du sicher bist im Zelte meines Vaters.« »Ich werde mit meinem Leben für das Deinige stehen.« Da antwortete der Häupling, »Ich würde nicht zu deinem Vater gehen, selbst wenn er tausend Eider ablegte, mich zu schonen. Dir aber glaube ich. Und um dir zu zeigen, daß ich dir vertraue, werde ich ohne Begleitung mit dir gehen.« Sie setzten sich zu Pferde und ritten davon. Als sie in das Zelt des Scheik traten, war es von Kriegern angefällt. Der Häupling wurde eingeladen, sich an der Seite des Scheik niederzulassen. Er erhielt das Mahl und die Rede der Gastfreundschaft, aber nach dem Mahle wurde er überfallen. Der Sohn des Scheik wollte ihn retten, wurde aber festgehalten. Der Ohrheim des Scheik riß den Häupling zu sich nieder, klemmte den Kopf desselben zwischen seine Knie, und so wurde dem Verratenen mit Messer der Kopfe abgewürgt, wie man es bei einem Schafe tut. Der Sohn zerriß seine Kleider und machte seinem Vater Vorwürfe, mußte aber fliehen, sonst wäre er wohl ermordet worden. »Kennst du diese Geschichte, Scheik Mohamed Emin?« »Ich kenne sie nicht. So eine Geschichte kann nicht geschehen.« »Sie ist geschehen, und zwar in deinem eigenen Stamme. Der Verratene hieß Nitschwis, der Sohn Ferran, der Ohrheim Hadjar, und der Scheik war der berühmte Scheik Sofug vom Stamme der Schammer.« Er wurde verlegen. »Woher kennst du diese Namen? Du bist kein Schammer, kein Obeide, kein Abu Salman. Du redest die Sprache der westlichen Araber, und deine Waffen sind nicht diejenigen der Araber von El Jezirel. Von wem hast du diese Geschichte erfahren?« »Die Schande eines Stammes wird ebenso hochbar wie der Ruhm eines Volkes. Du weißt, daß ich die Wahrheit gesprochen habe. Wie kann ich dir vertrauen? Du bist ein Hadedin. Die Hadedin gehören zu den Schammer, und du hast uns die Gastfreundschaft verweigert. Wir werden gehen.« Er erhob dich eine Bewegung seines armes Widerspruch. »Du bist ein Hadji und befindest dich in der Gesellschaft von Ghiaors. Woher siehst du, daß ich ein Hadji bin?« »An deinem Hamail. Nur die Hadji pflegen ihn zu tragen. Du sollst frei sein. Diese Ungläubigen aber sollen die Jiziet bezahlen, ehe sie fortgehen.« »Sie werden sie nicht bezahlen, denn sie stehen unter meinem Schutz.« »Sie brauchen deinen Schutz nicht, denn sie stehen unter demjenigen ihres Konsuls, den Allah verderben möge.« »Ist er dein Feind?« »Er ist mein Feind. Er hat den Gouverneur von Mosul beredet, meinen Sohn gefangen zu nehmen. Er hat die Obeide, die Abu Hamid und die Jowari, gegen mich aufgehetzt, daß sie meine Herden raubten und sich jetzt vereinigen wollen, mich und meinen ganzen Stamm zu verderben.« »So rufe die anderen Stämme der Schammer zu Hilfe.« »Sie kann nicht kommen, denn der Gouverneur hat ein Heer gesammelt, um ihre Weideplätze am Sinnschar mit Krieg zu überziehen. Ich bin auf mich selbst angewiesen. Allah möge mich beschützen.« »Muhamed Emin, ich habe gehört, daß die Obeide, die Abu Hamid und die Jowari Räuber sind. Ich liebe sie nicht. Ich bin ein Freund der Schammer. Die Schammer sind die edelsten und tapfersten Araber, die ich kenne. Ich wünsche, daß du alle deine Feinde besiegen mögest.« Ich beabsichtigte nicht etwa mit diesen Worten ein Kompliment auszusprechen. Sie enthielten vielmehr meine volle Überzeugung. Dies mußte wohl auch aus meinem Tone herausgeklungen haben, denn ich sah, daß sie einen freundlichen Eindruck hervorbrachten. »Du bist in Wirklichkeit ein Freund der Schammer?« ruck er mich. »Ja, und ich beklage es sehr, daß Zwietracht unter sie gesät wurde, so daß ihre Macht nun fast gebrochen ist.« »Gebrochen? Allah ist groß, und noch sind die Schammer tapfer genug, um mit ihren Gegnern zu kämpfen. Wer hat dir von uns erzählt?« »Ich habe schon vor langer Zeit von euch gelesen und gehört. Die letzte Kunde aber hielt dich drüben am Belat Arab bei den Söhnen der ATB.« »Wie?« ruck er überrascht. »Du warst bei den ATB?« »Ja. »Sie sind zahlreich und mächtig, aber es ruht ein Fluch auf ihnen.« »Du meinst Scheik Malek, welcher ausgestoßen wurde?« Er sprang empor. »Maschallah! Du kennst Malek, meinen Freund und Bruder?« »Ich kenne ihn und seine Leute.« »Wo trafest du sie?« Ich stieß auf sie in der Nähe von Jeddah und bin mit ihnen quer durch das Belat Arab nach El-Naman, der Wüste von Maskrat, gezogen. »So kennst du sie alle?« »Alle.« »Auch, verzeihe, daß ich von einem Weibe spreche, aber sie ist kein Weib, sondern ein Mann. Auch Amsha, die Tochter Maleks, kennst du?« »Ich kenne sie.« »Sie war das Weib von Abu Say von der Drache an ihm genommen.« »Hat sie ihre Wache erreicht?« »Ja, er ist tot. »Hadji Halew Omar, mein Diener hat ihn gefällt und dafür Hanne.« Amsha's Tochter zum Weibe erhalten.« »Dein Diener? So bist du kein gewöhnlicher Krieger.« »Ich bin ein Sohn der Uelat German und reise durch die Länder, um Abenteuer zu suchen.« »Oh, jetzt weiß ich es. Du tust, wie Harun al-Raschid getan hat. Du bist ein Scheik, ein Hämier und ziehst auf Kämpfe und auf Abenteuer aus. Dein Diener hat den mächtigen Vater des Säbels getötet. Du, als ein Herr mußt er noch ein größerer Held sein als dein Begleiter. Wo befindet sich dieser wackre Hadji Halew Omar?« Es fiel mir natürlich gar nicht ein, dieser mir sehr vorteilhaften Ansicht über mich zu widersprechen. Ich antwortete, »Du wirst ihn vielleicht bald zu sehen bekommen. Er wird von dem Scheik Malik abgesandt, um die Schamarr zu fragen, ob er mit den Seinen unter ihrem Schutze wohnen könne.« »Sie werden mir willkommen sein, sehr willkommen. Erzähle mir, o Hämier, erzähle mir von ihnen.« Er setzte sich wieder nieder. Ich folgte seinem Beispiel und berichtete ihm über mein Zusammentreffen mit den A.T.B., soweit ich es für nötig hielt. Als ich zu Ende war, reichte er mir die Hand. »Verzeihe mir, daß ich dies nicht wußte. Du hast diese Engländer dabei, du hast diese Engländer dabei dir, und sie sind meine Feinde. Nun aber sollt ihr meine Gäste sein. Erlaube mir, daß ich gehe und das Mahl bestelle.« Jetzt hatte er mir die Hand gegeben, und nun erst war ich sicher bei ihm. Ich griff unter mein Gewand und zog die Flasche hervor, in welcher sich das heilige Wasser befand. »Du wirst es mal bei Bent-Am bestellen?« »Ja.« So grüße sie von mir und weile sie mit einigen Tropfen aus diesem Gefäße. »Es ist das Wasser vom Brunnen Sem-Tsem. Allah sei mit dir.« »Sehe die, du bist ein tapferer Held und ein großer Heiliger. Komm und bespreng sie selbst. Die Frauen der Schammer fürchten sich nicht, ihr Gesicht sehen zu lassen vor den Männern.« Ich hatte allerdings bereits gehört, daß die Weiber und Mädchen der Schammer keine Freundinnen des Schleiers seien, und war ja auch während meines heutigen Rittes vielen von ihnen begegnet, deren Gesicht ich unverhältlich gesehen hatte. Er erhob sich wieder und winkte mir, ihm zu folgen. Unser Weg ging nicht weit. In der Nähe seines Zeltes stand ein zweites. Als wir dort eingetreten waren, bemerkte ich drei Araberinnen und zwei schwarze Mädchen. Die schwarzen waren jedenfalls Sklavinnen, die anderen aber jedenfalls seine Frauen. Zwei von ihnen rieben zwischen zwei Steinen Gerste zu Mehl, die dritte aber leitete von einem erhöhten Standpunkt aus diese Arbeit. Sie war offenbar die Gebieterin. In einer Ecke des Zeltes standen mehrere mit Reis, Datteln, Kaffee, Gerste und Bohnen gefüllte Säcke, über welche ein kostbarer Teppich gebreitet war. Dies bildete den Thron der Gebieterin. Sie war noch jung, schlank und von hellerer Gesichtsfarbe als die anderen Frauen. Ihre Züge waren regelmäßig, ihre Augen dunkel und glänzend. Sie hatte die Lippen dunkelrot und die Augenbrauen schwarz, und zwar in der Weise gefärbt, daß sie über der Nase zusammentrafen. Stirn und Wangen waren mit Schönheitsplästchen belegt, und an den bloßen Armen und Füßen konnte man eine tiefrote Tätowierung bemerken. Von einem jedem Ohre hing ein großer, goldener Ring bis zur Taille herab, und auch die Nase war mit einem sehr großen Ring versehen, an dem mehrere große, edle Steine funkelten. Er mußte ihr beim Essen sehr im Wege sein. Um ihren Nacken hingen ganze dicke Reihen von Perlen, Korallenstücken, asyrischen Zylindern und bunten Steinen, und bloße silberne Ringe umgaben ihre Knöchel, Arm und Handgelenke. Die anderen Frauen waren weniger geschmückt. »Salaam!« grüßte der Scheik. »Hier bringe ich euch einen Helden vom Stamme der Garbe an, der ein großer Heiliger ist und euch mit dem Segen des Semsem begnadigen will.« Sofort warfen sich sämtliche Frauen auf die Erde. Auch die vornehmste glitt von ihrem Throne und kniete nieder. Ich ließ einige Tropfen Wasser in die Hand laufen und spritzte sie über die Gruppe aus. »Nimmt hin, ihr Blumen der Wüste! Der Gott aller Völker erhalte euch lieblich und froh, daß euer Duft erquicke das Herz eures Gebieters.« Als sie bemerkten, daß ich das Gefäß wieder zu mir steckte, erhoben sie sich und beeilten sich mir zu danken. Dies geschah einfach durch einen Druck der Hand, ganz so wie im Abendlande. Dann gebot der Scheik, »Nun tummelt euch ein Mahl zu bereiten, welches dieses Mannes würdig ist. Ich werde Gäste laden, daß mein Zelt voll wird und alle sich freuen über die Ehre, welche uns heute widerfahren ist.« Wir kehrten in sein Zelt zurück. Während ich eintrat, verweilte er noch vor demselben, um einigen Beduinen seine Befehle zu erteilen. »Wo wart ihr?« wuchs er den See. »Im Zelte der Frauen.« »Ah! Nicht möglich!« »Und doch!« »Diese Weiber lassen sich sehen?« »Warum nicht?« »Hm! Wundervoll! Hier bleiben! Auch Weiber ansehen!« »Wird euch auch nichts helfen, da ihr nicht Arabisch versteht.« »Sind hier Ruinen?« »Nein, aber ich glaube, daß wir nicht weit zu gehen hätten, um solche zu finden. Dann einmal fragen, Ruinen finden, fauligen Bulle ausgraben, war übrigens ein schauderhaftes Essen hier.« »Wird besser. Wir werden sogleich einen echt arabischen Schmaus bekommen.« »Ah! Schien mir nicht danach auszusehen, der Scheik.« »Seine Ansicht über uns hat sich geändert. Ich kenne einige Freunde von ihm, und das hat uns das Gastrecht hier erworben. Aber laß die Diener abtreten. Es könnte die Araber beleidigen, wenn sie mit ihnen in einem Raum sein müssen.« Als der Scheik wieder erschienen war, dauerte es nicht lange, so versammelten sich die Geladenen. Es waren ihre so viele, daß das Zelt wirklich voll wurde. Sie lagerten sich je nach ihrem Range im Kreise herum, während der Scheik zwischen mir und dem Engländer in der Mitte saß. Bald wird auch das Mal von den Sklavin in das Zelt gebracht und von einigen Beduinen aufgetragen. Zunächst wurde ein Suffra vor uns hingelegt. Dies ist eine Art von Tischtuch von gegerbtem Leder, das an seinem Rande mit farbigen Streifen, Franzen und Verzierungen versehen ist. Es enthält zugleich eine Anzahl von Taschen und kann, wenn es zusammengelegt worden ist, als Vorratstasche für Speisewaren benutzt werden. Dann wurde der Kaffee gebracht. Für jetzt erhielt jeder Geladene nur ein kleines Täßchen voll dieses Getränkes. Dann kam eine Schüssel mit Salata. Dies ist ein sehr erfrischendes Gericht und besteht aus geronnener Milch mit Gurkenschnittchen, die etwas gesalzen und gepfeffert sind. Zugleich wurde ein Topf vor den Scheik gesetzt. Er enthielt frisches Wasser, aus welchem die Hälse von drei Flaschen ragten. Zwei von ihnen enthielten, wie ich bald merkte, Raki, und die dritte war mit einer wohlrichtenden Flüssigkeit gefüllt, mit welcher uns der Herr nach jedem Gange bespritzte. Nun kam ein ungeheurer Napf voll flüssiger Butter. Sie wird hier Sammen genannt und von den Arabern sowohl als Einleitung und Nachtisch als auch zu jeder anderen Zeit mit Vorliebe gegessen und getrunken. Dann wurden kleine Körbchen mit Datteln vorgesetzt. Ich kannte die köstliche, flachgedrückte El Chelebi, welche etwa so verpackt wird, wie bei uns die Feige oder die Brunelle. Sie ist ungefähr zwei Zoll lang, klein, kernig und von einem ebenso herrlichen Geruch wie Geschmack. Dann sah ich die seltene Ajwa, welche niemals in den Handel kommt, denn der Prophet hat von ihr gesagt, wer das Fasten durch den täglichen Genuß von sechs oder sieben Ajwa bricht, der braucht weder Gift noch Zauber zu fürchten. Auch die Hilwa, die Süßeste, die Jusriye, die Grünste und El Birni und El Seheina waren vertreten. Für die minder vornehmen Gäste waren Bala, am Baume getrocknete Datteln nebst Jebelli und Telaie vorhanden. Auch Keledat el Cham, syrische Halsbänder, lagen da. Dies sind Datteln, welche man noch im unreifen Zustand in siedendes Wasser taucht, damit sie ihre gelbe Farbe behalten sollen. Dann reiht man sie auf eine Schnur und läßt sie in der Sonne trocknen. Nach den Datteln trug man ein Gefäß mit Cunafat, das sind mit Zucker bestreute Nudeln, auf. Nun hob der Wirt die Hände empor. »Bismillah«, rief er und gab damit das Zeichen zu Beginn des Mahles. Er langte mit den Fingern in die einzelnen Näpfe, Schüssen und Kerbe und steckte erst mir, dann dem Engländer dasjenige, was er für das Beste hielt, in den Mund. Ich hätte allerdings lieber meine eigenen Finger gebraucht, aber ich mußte ihn gewähren lassen, da ich ihm sonst unverzeihlich beleidigt hätte. Master Lindsay aber zog, als er die erste Nudel in den Mund gestopft erhielt, diesen seinen Mund nach seiner bekannten Weise in einen Trapezoid und machte ihn nicht eher wieder zu, als bis ich ihn aufmerksam machte, »eßt Sir, wenn er diese Leute nicht tödlich beleidigen wollt.« Er klappte den Mund zu, schluckte den Bissen hinunter und meinte dann, natürlich in englischer Sprache, »brrk, ich hab doch Messer und Gabel in meinem Besteck bei mir.« »Lasst sie stecken, wir müssen uns nach der Sitte des Landes richten.« »Schauderhaft!« »Was sagt dieser Mann?« frug der Scheik. »Er ist ganz entzückt über dein Wohlwollen.« »Oh, ich liebe Euch!« Bei diesen Worten fuhr er mit der Hand in die saure Milch und klebte dem ehrenwerten Master Englishman eine Portion unter die lange Nase. Der so Beglückte schnaubte einige Male, um sich Luft und Mut zu machen, und versuchte dann die Gabe des Wohlwollens mittels seiner Zunge von dem unteren Theile seines Angesichtes hinweg in das Innere derjenigen Öffnung zu bringen, welche der Vorhof des Verdauungsapparates genannt werden muß. »Schrecklich!« lamentierte er dann. »Muß ich das wirklich leiden?« »Ja. »Ohne Gegenwehr?« »Ohne. Aber rächen könnt Ihr Euch.« »Wieso?« »Poßt auf, wie ich es mache, und tut es dann ebenso.« Ich lagte in die Nudel und steckte dem Scheik eine Portion davon in den Mund. Er hatte sie noch nicht verschluckt, so griff David Lindsay in die flüssige Butter und lagte eine Handvoll zu. Was ich von dem Scheik als einem Moslem nicht erwartet hatte, das geschah. Er nahm die Gabe eines Ungläubigen ohne Sträuben an. Jedenfalls behielt er sich vor, sich später zu waschen und durch ein längeres oder kürzeres Fasten sich von dem Vergehen wieder zu reinigen. Während wir beide auf diese Weise von dem Scheik gespeist wurden, teilte ich meine Gaben umreichlich unter die anderen aus. Sie hielten das für eine große Bevorzugung durch mich und boten mir den Mund mit sichtbarem Vergnügen dar. Bald war von dem Vorhandenen nichts mehr zu sehen. Nun klatschte der Scheik laut in die Hände. Man brachte eine Sini. Das ist eine sehr große, mit Zeichnungen und Inschriften versehene Schlüssel von fast sechs Fuß im Umfange. Sie war gefüllt mit Birgani, einem Gemenge von Reis und Hammelfleisch, welches in zerlassener Butterschwamm. Dann kam Envaramashi, ein stark gewürztes Ragout aus Hammelschnitten, nachher Kahab, kleine, auf spitze Holzstäbchen gespießte Bratenstückchen, dann Kima, gekochtes Fleisch, eingelegte Granaten, Äpfel und Quitten und endlich Raha, ein Zuckerwerk von der Art, wie auch wir es in verschiedenen Sorten beim Nachtisch zu naschen pflegen. Endlich? Oh nein! Denn als ich das Mahl beendet glaubte, wurde noch das Hauptstück desselben gebracht, ein Hammel ganz am Spieße gebraten. Ich konnte nicht mehr essen. »Elhamd ulila«, rief ich daher, steckte meine Hände in den Wassernappf und trocknete sie mir an meinem Gewande ab. Das war das Zeichen, dass ich nicht mehr essen würde. Der Morgenländer kennt bei Tafel das sogenannte lästige Nöthigen nicht. Wer es in Elhamd gesagt hat, wird nicht weiter beachtet. Das bemerkte der Engländer. »Elhamd ulila«, rief auch er, fuhr mit der Hand in das Wasser und … betrachtete sie dann sehr verlegen. Der Scheik bemerkte das und hielt ihm sein Haik entgegen. »Sage deinem Freunde«, meinte er zu mir, »dass er seine Hände an meinem Klei betrocknen möge, die Engländer verstehen wohl nicht viel von Reinlichkeit, denn sie haben nicht einmal ein Gewand, an welchem sie sich abtrocknen können.« Ich gab Linzi das Anerbieten des Scheiks zu verstehen, und er machte hierauf den ausgewiegsten Gebrauch davon. Nun wurde von dem Araki gekostet, und dann ward einem jeden der Kaffee und eine Pfeife gereicht. Nun erst begann der Scheik, mich den Seinen vorzustellen. »Ihr Männer vom Stamme der Hadidin El-Shamar, dieser Mann ist ein großer Emir und Hatschi aus dem Lande der Urlaat-German. Sein Name lautet Hatschi Karabin-Nemsi«, fiel ich ihm in die Rede. »Ja, sein Name lautet Emir Hatschi Karabin-Nemsi, er ist der größte Krieger seines Landes und der weißeste Taleb seines Volkes. Er hat den Brunnen Zem-Zem bei sich und geht in alle Dänder, um Abenteuer zu suchen. Wißt Ihr nun, was er ist? Ein Dschihad ist er. Laßt uns sehen, ob es ihm gefällt, mit uns gegen unsere Feinde zu ziehen.« Das brachte mich in eine ganz eigentümlich unerwartete Lage. Was sollte ich antworten? Denn eine Antwort erwarteten alle von mir, das Variieren auf mich gerichteten Blicken anzusehen. Ich entschloß mich kurz. »Ich kämpfe für alles Rechte und Gute gegen alles, was Unrecht und Falsch ist. Mein Arm gehört Euch. Vorher aber muß ich diesen Mann, meinem Freund, dahin bringen, wohin ihn zu geleiten, ich versprochen habe.« »Wohin ist das?« »Das muß ich Euch erklären. Vor mehreren Tausend Jahren lebte in diesem Lande ein Volk, welches große Städte und herrliche Paläste besaß. Das Volk ist untergegangen, und seine Städte und Paläste liegen verschüttet unter der Erde. Wer in die Tiefe gräbt, der kann sehen und lernen, wie es vor Jahrtausenden gewesen ist, und dies will mein Freund tun. Er will in der Erde suchen nach alten Zeichen und Schriften, um sie zu enträtseln und zu lesen. »Und nach Gold, um es mitzunehmen«, fiel der Scheik ein. »Nein«, antwortete ich, »er ist reich, er hat Gold und Silber, so viel er braucht. Er sucht nur Schriften und Bilder, alles andere will er den Bewohnern dieses Landes lassen.« »Und was sollst Du dabei tun?« »Ich soll ihn an eine Stelle führen, an der er findet, was er sucht.« »Dazu braucht er Dich nicht, und Du kannst immerhin mit uns in den Kampf ziehen. Wir selbst werden ihm genug solche Stellen zeigen. Das ganze Land ist voller Ruinen und Trümmer.« »Aber es kann niemand mit ihm sprechen, wenn ich nicht bei ihm bin. Ihr versteht nicht seine Sprache, und er kennt nicht die Eurige.« »So mag er zuvor mit uns in den Kampf ziehen, und dann werden wir Euch viele Orte zeigen, wo Ihr Schriften und Bilder finden könnt.« Lindsay merkte, daß von ihm die Rede war. »Was sage Sie?« Fug er mich. »Sie fragen mich, was Ihr in diesem Lande wollt.« »Habt Ihr es Ihnen gesagt, Sir?« »Ja. »Daß ich Fauling Bulls ausgraben will?« »Ja. »Nun?« »Sie wollen, ich soll nicht bei Euch bleiben.« »Was sonst machen?« »Mit Ihnen in den Kampf ziehen. Sie halten mich für einen großen Helden.« »Hm, wo finde ich Fauling Bulls?« »Sie wollen Euch solche zeigen.« »Ah! Aber ich verstehe diese Leute nicht.« »Das habe ich Ihnen gesagt.« »Was geantwortet?« »Ihr sollt mit in den Kampf ziehen, und dann wollen Sie uns zeigen, wo Entschriften und dergleichen zu finden sind.« »Wal! Wir ziehen mit Ihnen.« »Das geht ja nicht.« »Warum nicht?« »Wir gefährden uns dabei. Was gehen uns die Feindseligkeiten anderer an?« »Nichts, aber eben darum können wir gehen, mit wem wir wollen.« »Das ist sehr zu überlegen.« »Fürchtet Ihr Euch sehr?« »Nein.« »Ich dachte. Also mitziehen, sagt es Ihnen.« »Ihr werdet Euch noch anders besinnen.« »Nein.« Er drehte sich auf die Seite, und es war ein undrückliches Zeichen, dass er sein letztes Wort gesagt habe. »Ich wandte mich also wieder an den Scheik.« »Ich habe Dir vorhin gesagt, daß ich für alles Rechte und Gute kämpfe. Ist Eure Sache recht und gut?« »Soll ich sie Dir erzählen?« »Ja. »Hast Du von dem Stamm in den Jehesch gehört?« »Ja. Es ist ein treuloser Stamm. Er verbindet sich sehr oft mit Abu Salman und den Thai-Arabern, um die Nachbarstämme zu berauben.« »Du weißt es. Er fiel über die Meinigen her und raubte uns mehrere Herden. Wir aber eilten ihm nach und nahmen ihm alles wieder.« »Nur dann, dass der Scheik der Jehesch beim Gouverneur verklagt und ihn bestochen, dieser schickte zu mir und entbot mich dem vornehmsten Krieger meines Stammes zu einer Besprechung nach Mosul.« »Ich hatte eine Wunde erhalten und konnte weder Reiten noch gehen. Darum sandte ich meinen Sohn mit fünfzehn Kriegern zu ihm. Er war treulos, nahm sie gefangen und schickte sie an einen Ort, den ich noch nicht erfahren habe.« »Hast Du Dich nach ihnen erkundigt?« »Ja, aber ohne Erfolg, da kein Mann meines Stammes sich nach Mosul wagen kann. Die Stämme der Schammah waren entrüstet über diesen Verrat und töteten einige Soldaten des Gouverneurs. Nun rüstet er gegen sie und hat zugleich die Obeide, die Abu Hamid und die Dschawari gegen mich gehetzt, obgleich sie nicht unter seiner Hoheit, sondern nach Bagdad gehören.« »Wo lagern Deine Feinde?« »Sie rüsten erst.« »Willst Du Dich nicht mit den anderen Schammahstämmen vereinigen?« »Wo sollten da unsere Herden Weide finden?« »Du hast recht. Ihr wollt Euch teilen und den Gouverneur in die Wüste locken, um ihn zu verderben?« »So ist es. Er mit seinem Heere kann den Schammah nichts tun. Anders aber ist es mit meinen Feinden. Sie sind Araber. Ich darf sie nicht bis zu meinen Weideplätzen kommen lassen.« »Wieviel Krieger zählt Dein Stamm?« »Elfhundert.« »Und Deine Gegner?« »Mehr als dreimal so viel.« »Wie lange dauert es, die Krieger Deines Stammes zu versammeln?« »Einen Tag.« »Wo haben die Obeidi ihr Lager?« »Am unteren Laufe des Zappersfall.« »Und die Abu Hamid?« »In der Nähe von El Fatah, an der Stelle, wo der Tigris durch die Hamrinberge bricht.« »Auf welcher Seite?« »Auf beiden.« »Und die Jowari?« »Zwischen dem Jebel Karnina und dem rechten Ufer des Tigris.« »Hast du Kundschafter ausgesandt?« »Nein.« »Das hättest du tun sollen.« »Es geht nicht. Jeder Scharmar ist sofort zu erkennen und wäre verloren, wenn man ihm begegnete. Aber...« Er hielt ihn und blickte mich forschend an. Dann fuhr er fort. »Hemir, du bist wirklich der Freund von Malek, dem Ateibé?« »Ja.« »Und auch unser Freund?« »Ja.« »Komm mit mir. Ich werde dir etwas zeigen.« Er verließ das Zelt. Ich folgte ihm mit dem Engländer und allen anwesenden Arabern. Neben dem großen Zelt hatte man während unseres Mahles ein kleineres für die beiden Diener aufgeschlagen, und im Vorübergehen bemerkte ich, daß man auch sie mit Speise und Trank bedacht hatte. Außerhalb des Zeltkreises standen die Pferde des Scheiks angebunden. Zu ihnen führte er mich. Sie waren alle ausgezeichnet, zwei aber entzückten mich förmlich. Eines war eine junge Schimmelstute, das schönste Geschöpf, welches ich jemals gesehen hatte. Seine Ohren waren lang, dünn und durchscheinend, die Nasenlöcher hoch, aufgeblasen und tiefrot, Mähn und Schweif wie Seide. »Herrlich!« rief ich unwillkürlich. »Sage Mashallah!« bat mich der Scheik. Der Araber ist nämlich in Beziehung auf das sogenannte »Beschreien« sehr abergläubig. »Wem irgendetwas sehr gefällt, der hat Maschallah zu sagen, wenn er nichts hier anstoßen will.« »Maschallah!« antwortete ich. »Glaubst du, daß ich auf dieser Stute den milden Esel des Inscha müde gejagt habe, bis er zusammenbrach?« »Unmöglich!« »Bei Allah! Es ist wahr! Ihr könnt es bezeugen!« »Wir bezeugen es!« riefen die Araber wie aus einem Munde. »Diese Stute geht nur mit meinem Leben von mir«, erzählte der Scheik. »Welches Pferd gefällt dir noch?« »Dieser Hengst! Siehe diese Gliederung, diese Symmetrie, diesen Adel und diese wunderseltene Färbung! Ein Schwarz, welches in das Blau übergeht.« »Es ist noch nicht alles. Der Hengst hat die drei höchsten Tugenden eines guten Pferdes.« »Welche?« »Schnellfüßigkeit, Mut und einen langen Atem.« »An welchem Zeichen erkennst du dies?« »Die Haare wirbeln sich an der Gruppe. Das zeigt, daß er schnellfüßig ist. Sie wirbeln sich am Beginn der Mähne. Das zeigt, daß er einen langen Atem hat, und sie wirbeln sich ihm in der Mitte der Stirn. Das zeigt, daß er einen feurigen, stolzen Mut besitzt. Er läßt seinen Reiter nie im Stich und trägt ihn durch tausend Feinde. »Hast du einmal ein solches Pferd besessen?« »Ja.« »Na, so bist du ein sehr reicher Mann!« »Es kostete mich nichts. Es war ein Mustang.« »Was ist ein Mustang?« »Ein wildes Pferd, welches man sich erst einfangen und zähmen muß.« »Würdest du diesen Rappengst kaufen, wenn ich wollte, und wenn du könntest?« »Ich würde ihn auf der Stelle kaufen.« »Du kannst ihn dir verdienen.« »Aha! Unmöglich!« »Ja, du kannst ihn zum Geschenke halten.« »Uter welcher Bedingung?« »Wenn du uns sichere Kundschaft bringst, wo die Obeide, Abu Hamid und Jowari, sich vereinigen werden.« »Beinah hätte ich ein Juhai hinausgejubelt. Der Preis war hoch, aber das Roß war noch mehr wert. Ich besann mich nicht lange.« »Bis wann verlangst du diese Nachricht?« »Bis du sie bringen kannst.« »Und wann erhalte ich das Pferd?« »Wenn du zurückgekehrt bist.« »Du hast recht. Ich kann es nicht eher verlangen, aber dann kann ich deinen Auftrag auch nicht ausführen.« »Warum?« »Weil vielleicht alles darauf ankommt, daß ich ein Pferd reite, auf welches ich mich in jeder Beziehung verlassen kann.« Er blickte zu Boden. »Weißt du, daß bei einem solchen Vorhaben der Hengst sehr leicht verloren gehen kann?« »Ich weiß es. Es kommt auch auf den Reiter an. Aber wenn ich ein solches Pferd unter mir habe, so wüßte ich keinen Menschen, der mich oder das Tier fangen könnte.« »Reitest du so gut?« »Ich reite nicht so wie ihr. Ich müßte das Pferd eines Schamarr erst an mich gewöhnen.« »So sind wir dir überlegen.« »Überlegen?« »Seid ihr gute Schützen?« »Wir schießen im Galopp die Taube vom Zelte.« »Leihe mir den Hengst und schicke zehn Krieger hinter mir her. Ich werde mich nicht auf tausend Lanzenlängen von deinem Lager entfernen und gebe ihnen die Erlaubnis, auf mich zu schießen, so oft es ihnen beliebt. Sie werden mich nicht fangen und auch nicht treffen.« »Du sprichst im Scharze, Emir.« »Ich rede im Ernste.« »Und wenn ich dich beim Wort nehme?« »Gut.« Die Augen der Erbe leuchteten vor Vergnügen. Gewüß war ein jeder von ihnen ein vortrefflicher Reiter. Sie brannten vor Verlangen, daß der Scheik auf mein Anerbieten eingehen werde. Dieser aber blickte sehr unschlüssig vor sich nieder. »Ich weiß, welcher Gedanke dein Herz bewegt, du Scheik«, sagte ich ihm. »Sieh mich an. Trennt ein Mann sich von solchen Waffen, wie ich sie trage?« »Ne.« Ich entledigte mich derselbe und legte sie vor ihm nieder. »Sieh. Hier lege ich sie dir zu Füßen, als Pfand, daß ich nicht gekommen bin, dir den Hengst zu rauben. Und wenn dies noch nicht genug ist, so sei mein Wort und auch hier mein Freund dir Pfand.« Jetzt lächelte er beruhigt. »Es sei. Also zehn Mann?« »Ja. Auch zwölf oder fünfzehn.« »Die auf dich schießen dürfen?« »Ja. Wenn ich erschossen werde, wird sie keinen Vorwurf treffen. Wähle deine besten Reiter und Schützen aus.« »Du bist tollkühn, Emir.« »Das glaubst du nur.« »Sie haben sich nur hinter dir zu halten?« »Sie können reiten, wie und wohin sie wollen, um mich zu fangen oder mit ihrer Kugel zu treffen.« »A la Kerim! So bist du bereits jetzt schon ein toter Mann.« »Aber sobald ich hier an diesem Orte halten bleibe, ist das Spiel zu Ende.« »Wohl! Du willst es nicht anders. Ich werde meine Stute reiten, um alles sehen zu können.« »Erlaube mir zuvor, den Hengst zu probieren.« »Tu es!« Ich saß auf, und während der Scheik diejenigen bestimmte, welche mich fangen sollten, merkte ich, daß ich mich auf dem Hengst ganz und gar verlassen konnte. Dann sprang ich wieder ab und entfernte den Sattel. Das stolze Tier merkte, daß etwas Ungewöhnliches im Gange sei. Seine Augen funkelten, seine Mähne hob sich, und seine Füßchen gingen wie die Füße einer Tänzerin, welche versuchen will, ob das Parkett des Saales wixig genug zum Contre sei. Ich schlang ihm einen Riemen um den Hals und knüpfte eine Schlinge an die Seite des festangezogenen Bauchgurtes. »Du entfernst den Sattel?« ruckte der Scheik. »Wozu diese Riemen?« »Das wirst du sehr bald sehen.« »Hast du die Wahl unter deinen Kriegern getroffen?« »Ja, hier sind zehn.« Sie saßen bereits auf ihren Pferden. Ebenso stiegen alle Araber auf, welche sich in der Nähe befanden. So mag es beginnen. Seht ihr das einzelne Zelt sechshundert Schritte von hier? »Wir sehen es.« »Sobald ich es erreicht habe, könnt ihr auf mich schießen. Auch sollt ihr mir gar keinen Vorsprung lassen. Vorwärts.« Ich sprang auf. Der Hengst schoß wie ein Pfeil davon. Die Araber folgten ihm hart auf den Hufen. Es war ein Prachtpferd. Noch hatte ich die Hälfte der angegebenen Entfernung nicht zurückgelegt, als der vorderste Verfolger bereits um fünfzig Schritte zurückgeblieben war. Jetzt bog ich mich nieder, um den Arm in den Halsriemen und das Bein in die Schlinge zu stecken. Kurz vor dem angegebenen Zelte blickte ich mich um. Alle zehn hielten ihre langen Flinten oder ihre Pistolen schußfertig. Jetzt warf ich das Pferd in einem rechten Winkel herum. Einer der Verfolger parierte sein Pferd mit jener Sicherheit, wie es nur ein Araber zustande bringt. Er stand, als sei es aus Erz gegossen. Er hob die Flinte empor. Der Schuß krachte. »Alai lalla! Ja, Allah! Walla! Thalla!« rief es. Sie glaubten, ich sei getroffen, denn ich war nicht mehr zu sehen. Ich hatte mich nach Art der Indianer vom Pferde geworfen und hing nun mittels des Riemens an der Schlinge an derjenigen Seite desselben, welche den Verfolgern abgewendet war. Ein Blick unter dem Halse des Rappen hindurch überzeugte mich, daß niemand mehr ziele, und sofort richtete ich mich wieder im Sattel empor, drückte das Pferd wieder nach rechts hinüber und jagte weiter. »Alai lalla! Maschallah! Allah! Ilalla!« brauste es hinter mir. Die guten Leute konnten sich die Sache noch nicht erklären. Sie vermehrten ihre Schnelligkeit und hoben ihre Flinten wieder empor. Ich zog den Rappen nach links, warf mich wieder ab und ritt in einem spitzen Winkel an ihrer Flanke vorüber. Sie konnten nicht schießen, wenn sie nicht das Pferd treffen wollten. Trotzdem die Jagd gefährlich aussah, war sie bei der Vortrefflichkeit meines Pferdes doch nur wie das Kinderhaschen, welches sich Indianern gegenüber allerdings nicht hätte wagen dürfen. Wir jagten einige Male um das außerordentlich ausgedehnte Lager herum. Dann galoppierte ich, immer an der Seite des Pferdes hangend, mitten zwischen den Verfolgern hindurch nach dem Orte, an welchem der Ritt begonnen hatte. Als ich abstieg, zeigte der Rappe nicht eine Spur von Schweiß oder Schaum. Er war wirklich kaum mit Geld zu bezahlen. Nach und nach kamen auch die Verfolger an. Es waren im Ganzen fünf Schüsse auf mich gefallen. Natürlich aber hatte keiner getroffen. Der alte Scheik faßte mich bei der Hand. »Ram, du Lila! Preis sei Allah, daß du nicht verwundet bist. Ich habe Angst um dich gehabt. Es gibt im ganzen Stamm El-Shamar keinen solchen Reiter, wie du bist.« »Du irrst. Es gibt in deinem Stamm sehr viele, welche besser reiten als ich, viel besser. Aber sie haben es nicht gewußt, daß sich der Reiter hinter seinem Pferde verbergen kann. Wenn ich von keiner Kugel und von keinem Manne erreicht wurde, so habe ich es nicht mir, sondern diesem Pferde zu danken. Aber erlaubst du vielleicht, daß wir das Spiel einmal verändern?« »Wie?« »Es soll so bleiben, wie vorhin, nur mit dem Unterschiede, daß ich auch ein Gewehr zu mir nehmen und auf diese zehn Männer schießen kann.« »Allah Kerim! Allah ist gnädig! Er verhüte ein solches Unglück, denn du würdest sie alle vom Pferde schießen.« »So glaubst du nun wohl, daß ich mich weder vor den Obeide noch vor dem Amuhamid und den Dschuari fürchte, wenn ich diesen Hengst unter mir habe?« »Ehmir! Ich glaube es.« Er rang sichtlich mit einem Entschlusse, dann aber setzte er hinzu. »Du bist Hatschi Karaben Nemsi, der Freund meines Freundes Malek, und ich vertraue dir. Nimm den Hengst und reite gehen morgen. Bringst du mir keine Botschaft, so bleibt er meinen. Bringst du mir aber genügende Kunde, so ist er dein. Dann werde ich dir auch sein Geheimnis sagen. Jedes arabische Pferd nämlich hat, wenn es besser als mittelmäßig ist, sein Geheimnis, das heißt, es ist auf ein gewisses Zeichen eingeübt, auf welches es den höchsten Grad seiner Schnelligkeit entwickelt, und dieselbe nicht eher mindert, als bis es entweder zusammenbricht oder von seinem Reiter angehalten wird. Dieser Reiter verrät das geheime Zeichen selbst seinem Freunde, seinem Vater oder Bruder, seinem Sohn oder seinem Weibe nicht, und wendet es erst dann an, wenn er sich in allergrößten Todesgefahr befindet. »Erst dann«, antwortete ich, »kann nicht der Fall eintreten, daß nur das Geheimnis mich und das Pferd zu retten vermag?« »Du hast recht, aber du bist noch nicht der Besitzer des Rappen.« »Ich werde es«, rief ich zuversichtlich, »und sollte ich es nicht werden, so wird das Geheimnis in mir vergraben sein, daß keine Seele es erfahren kann.« »So komm!« Er führte mich auf die Seite und flüsterte mir zu, »wenn der Rapper fliegen soll, wie der Falke in den Lüften, so lege ihm die Hand leicht zwischen die Ohren und rufe laut das Wort »Reeh«. »Reeh? Das heißt »Wind«? »Ja. Reeh, das ist der Name des Pferdes, denn es ist noch schneller als der Wind, es ist so schnell wie der Sturm.« »Ich danke dir, Scheik. Ich werde deine Botschaft so gut ausführen, als ob ich einen Sohn der Hadidine oder als ob ich selbst du wäre. Wann soll ich reiten?« »Morgen, mit Anbruch des Tages, wenn es dir beliebt.« »Welche Datteln nehme ich mit für den Rappen?« »Er frißt nur, ob er hat. Ich brauche dir nicht zu sagen, wie so ein kostbares Pferd zu behandeln ist.« »Nein.« »Schlafe heute Nacht auf seinem Leibe und sage ihm die hundertste Sohre, welche von den schnell eilenden Rossen handelt in die Nüstern. So wird es dich lieben und dir gehorchen, bis zum letzten Atemzuge. Kennst du diese Sohre?« »Ja.« »Sage sie her.« »Er war wirklich sehr besorgt um mich und sein Pferd.« »Ich gehorchte seinem Willen.« Im Namen erlas des Albemärzigen, bei den schnelleilenden Rossen mit lärmendem Schnauben und bei denen, welche stampfen Feuerfunken sprühen und bei denen, die wetteifernd des Morgens früh auf den Feind einstürmen, den Staub aufjagen und die feindlichen Scharen durchbrechen. Wahrlich, der Mensch ist undankbar gegen seinen Herrn, und er selbst muß solches bezeugen. Zu unmäßig hängt er der Liebe zu irdischen Gütern an. Weiß er denn nicht, daß dann, wenn alles herausgenommen ist, was in den Gräbern liegt und an das Licht gebracht wird, was in des Menschenbrust verborgen war, daß dann an diesem Tage der Herr sie vollkommen kennt?« »Ja, du kennst diese Suche. Ich habe sie dem Rappen tausendmal des Nachts vorgesagt. Thur dasselbe und er wird merken, daß du sein Herr geworden bist. Jetzt aber kommen das Zeil zurück.« Innen da war bisher ein stiller Zuschauer gewesen. Nun trat er an meine Seite. »Warum war frisch geschossen?« Ich wollte ihnen etwas zeigen, was sie noch nicht kennen. »Ah, schön! Pracht wird! Wir haben es gehört!« »Bist Ihr, Sir, wem es gehört?« »Dem Scheuk!« »Nein!« »Wem sonst?« »Mir!« »Haa!« »Mir wirklich!« »Sir, mein Name ist David Lindsay, und ich lasse mir nichts weiß machen. Merkt Euch das!« »Gut!« »So behalte ich alles andere für mich.« »Was?« »Daß ich Euch morgen früh verlasse!« »M-rum!« »Um auf Kundschaft auszuhalten! »Von der Feindseligkeit wißt Ihr, dass ich Euch morgen früh verlasse!« »Ich soll zu erkunden suchen, wann und wo die feindlichen Stämme zusammentreffen, und dafür bekomme ich, wenn es mir gelingt, eben diesen Rappen geschenkt.« »Glückskind! Eure Mitreiten! Mithorchen! Mit Kundschaftern!« »Das geht nicht!« »Warum nicht?« »Ihr könnt mir nichts nützen, sondern nur schaden! Eure Kleidung!« »Bah! Siehe mich als Araber an!« »Ohne ein Wort Arabisch zu verstehen!« »Richtig!« »Wie lange ausbleiben?« »Weiß noch nicht. Einige Tage. Ich muß weit über den kleinen Zapp hinunter, und der ist ziemlich weit von hier.« »Böser Weg! Schlechtes Volk von Arabern!« »Werde mich in Acht nehmen!« »Werde dableiben, wenn wir einen Gefallen tun!« »Welchen?« »Nicht bloß nach Beduinen forschen!« »Nach wem sonst noch?« »Nach schönen Ruinen!« »Muß nachgraben!« »Frauling Bull finden!« »Nach London ins Museum schicken!« »Werd es tun!« »Verlaßt Euch darauf!« »Möll!« »Fertig!« »Eintreten!« Wir nahmen unsere früheren Plätze im Zelt ein und verbrachten den Rest des Tages mit allerlei Erzählungen, wie sie der Araber liebt. Am Abend wurde Musik gemacht und gesungen, wobei es nur zwei Instrumente gab. Die Rubabar, eine Art Zitter mit nur einer Saite, und die Table, eine kleine Pauke, welche aber doch im Verhältnis zu den leisen, einförmigen Tönen der Rubabar einen ganz entsetzlichen Lärm macht. Dann wurde das Nachtgebet gesprochen, und wir gingen zur Ruhe.« Der Engländer schlief in dem Zelte des Scheik, ich aber ging zu dem Hengste, welcher auf der Erde lag, und nahm Platz zwischen seinen Füßen. »Habe ich ihm die hundertste Sure wirklich in den Nüstern gesagt?« »Versteht sich. Dabei hat mich nicht etwa der Aberglaube geleitet. Bewahre! Das Pferd war an diesen Vorgang gewöhnt. Wir wurden also durch denselben schnell vertraut miteinander, und indem ich bei dem Rezitieren der Worte hart an seinen Nüstern atmete, lernte es, wie man sich auszudrücken pflegt, die Witterung seines neuen Gebieters kennen. Ich lag zwischen seinen Füßen wie ein Kind zwischen den Beinen eines treuen, verständigen Neufundländers. Als der Tag eben graute, öffnete sich das Zelt des Scheik, und der Engländer trat heraus. »Geschlafen, Sir?« frug er. »Ja.« »Ich nicht.« »Warum?« »Sehr lebendig im Zelte.« »Die Schläfer?« »Nein.« »Wer sonst?« »Die Vlies, Lais und Nats.« Wer Englisch versteht, weiß, wen oder was er meinte. Ich mußte lachen. »An solche Dinge werdet Ihr Euch bald gewöhnen, Sir Lindsay.« »Nee, konnte auch nicht schlafen, weil ich an Euch dachte.« »Warum?« »Kontet fortreiten, ohne mich noch zu sprechen.« »Ich hätte auf jeden Fall Abschied von Euch genommen.« »Wäre vielleicht zu spät gewesen.« »Warum?« »Habe Euch viel zu fragen.« »So fragte er mal zu.« Ich hatte ihm schon im Laufe des verflossenen Abends allerlei Auskunft erteilen müssen. Jetzt sogar sein Notizbuch hervor. »Werde mich führen lassen an Ruinen. Muß Arabisch reden. Mir sagen Verschiedenes. Was heißt Freund?« »Herr Schab« »Freind?« »Kiman« »Muß bezahlen. Was heißt Dollar?« »Ridjalfransch« »Was heißt Geldbeutel?« »Sura« »Werde Steine graben.« »Was heißt Stein?« »Hatschah« 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 »So frug er mich nach einigen Hundert Wörtern, die er sich alle notierte.« »Dann wurde es im Lager rege, und ich mußte in das Zelt des Scheichs kommen, um das Sahur, das Rühmal einzunehmen.« »Dabei wurde noch vieles beraten.« »Dann nahm ich Abschied, stieg zu Pferde und verließ den Ort, an den ich vielleicht nimmer zurückkehren sollte.«